Ja, moin mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu dem heutigen, wie versprochenen, Voting-Video auf meinem Kanal. Wir haben heute wieder eine kleine Auswahl. Ich hab mir eure Kommentare angeguckt, ich hab mir die Spiele dazu angeguckt, einige waren strange und einige haben mir gefallen. Wir haben heute tatsächlich mehrere AAA-Titel, hätte ich jetzt nicht gedacht. Normalerweise sind ja AAA-Titel jetzt nicht das, was ihr euch wünscht, aber dieses Mal war es dabei. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an mit etwas, was jeder kennt. Und zwar beginnen wir mit Subnautica, wurde sich gewünscht. Da bin ich immer dabei, bei Subnautica bin ich immer dabei. Subnautica würde wahlweise sogar als VR-Spiel gehen, also die Möglichkeit hätten wir. Ob wir das dann auch wirklich machen, ist eine andere Sache, weil es ist ja auch so ein Rumgewackel, das hatten wir ja neulich erst mit Fallout 4. Da hatte ich das ja mal in VR getestet. Vielleicht waren einfach meine Einstellungen nicht so wirklich optimal, weil ich bin ja noch neulich in VR, gerade am PC. Und ja, das war ein bisschen wackelig für einige Zuschauer, deswegen kann ich das verstehen, dass wir das in Fallout nicht machen. Ich spiele das jetzt privat, also ich muss sagen, das macht Spaß. Das macht Spaß. So, Subnautica, ja. Wenn ihr das haben wollt, votet das heute. Ansonsten haben wir noch zur Auswahl, ich nehme natürlich die AAA-Titel, die neuen, ganz zum Schluss. Ich bin ein ganz raffinierter. Wir haben eine neue Skyrim-Staffel, also mein Skyrim-Projekt von vor 99 Jahren, als ich da gespielt habe. Wir sind glaube ich bis Staffel 7 gekommen oder so, ich weiß es nicht. Und dann sind wir halt mit dem Spiel durch gewesen. Aber es gibt ja natürlich noch die Möglichkeit, Mods zu spielen. Es gibt ja noch verschiedene DLCs, Mod-DLCs, sagt man das so, Erweiterungen per Mod. Und die kann man auch spielen. Das heißt, eine neue Skyrim-Staffel wurde sich gewünscht. Ich packe das mal mit ins Voting, haben wir echt lange nicht mehr gespielt. Und kommen wir jetzt zu den AAA-Titeln. Natürlich nehmen wir zuerst noch ein altes. Skyrim ist ja auch ein AAA-Titel, also wir haben heute vier. Vier Stöke, also das ist schon einiges. Dragon Age Origins wurde sich gewünscht. Kann man spielen? Muss man nicht, kann man aber. Und ich habe es nie gespielt. Ich habe es auf Steam. Das war im Summer Steam Sale, habe ich es mir damals gekauft. Ich habe mir sehr viele Spiele im Summer Steam Sale gekauft und nie gespielt. Also da haben wir auch noch eine Riesenauswahl. Auf jeden Fall, Dragon Age Origins steht hier zur Auswahl. Könnt ihr euch aussuchen. Das sind natürlich so Sachen, Dragon Age Origins und Assassin's Creed. Verdammt, ich habe es gespoilert. Ach Gott. Ja gut, nehmen wir als nächstes. Ich wollte gerade ein bisschen noch was erzählen. Nehmen wir das nächste Spiel. Wir haben als nächstes auf unserer Liste Assassin's Creed Odyssey wurde sich gewünscht. Ist ein neues Spiel. Bei neuen Spielen habe ich immer so ein bisschen Angst. Das Problem ist halt, dass YouTube komplett damit überflutet ist und Twitch auch. Und dazu kommt dann noch, dass ihr wünscht euch das ja jetzt. Und das Spiel ist aber schon ein bisschen länger draußen. Das heißt, einige von euch kennen wahrscheinlich schon einen Großteil des Spiels. Haben auch bei anderen YouTubern gesehen. Was viel bedeutet, dass ich als Nachzügler natürlich wahrscheinlich nicht wirklich viel davon habe. Beziehungsweise ich schon. Aber ich glaube halt einfach, dass da nicht viel bei rauskommt. Dass da keiner zuguckt. Das ist halt immer meine Befürchtung bei neuen AAA-Titeln von Spielen, die sehr oft auf YouTube gezeigt werden. Habe ich immer die Befürchtung, dass ich quasi das Spiel das aufnehme und es sich anfühlt, als wäre es umsonst, weil keiner zuguckt. Aber naja, ich lasse mich gerne belehren und Assassin's Creed Odyssey wäre zum Beispiel ein Spiel, das würden wir ja durchspielen. Das heißt, ich müsste mit dem Winterprojekt ein bisschen anders hantieren. Höchstwahrscheinlich müsste ich dann 60 Parsecs pausieren für einen Monat und dann ja mal gucken. Naja, jedenfalls Assassin's Creed Odyssey habt ihr zur Auswahl. Und jetzt kommen wir zum letzten Spiel. Müsste sein, ich habe mir sechs Spiele notiert, auf die ich Lust habe. Wir können aber nur fünf ins Voting nehmen. Es war ein hartes Rennen, aber hier kommen wir mit dem neuesten Spiel von Rockstar Games, Red Dead Redemption 2. Auch so ein Spiel, wo ich ein bisschen Angst habe, dass ich da am Ende ohne Zuschauer da sitze, weil macht halt jeder auf YouTube. Ich meine gut, wenn ich euer bevorzugter YouTuber bin, guckt ihr das natürlich bei mir. Ist ja eine klare Sache, ne? Aber ich weiß nicht, die Befürchtung ist halt immer da. Jetzt zum Beispiel wie Fallout 76, was ja jetzt momentan in der Beta-Phase ist, was ich spielen möchte, aber nicht geht momentan. Sondern das kann ich erst morgen um 19 Uhr aufnehmen. Das heißt, morgen Mittag kommt erstmal was anderes. Auf das habe ich persönlich einfach so viel Bock, dass ich das selber spielen möchte. Und deswegen ist mir da Klickzahl und so weiter egal. Was das Ganze auch noch ein bisschen tragischer macht, wenn ich jetzt nur AAA-Titel habe und dann kein Schwein zuguckt. Aber ich meine, früher, als ich angefangen habe, hat er auch keiner zuguckt. Und ich quatsche wieder irgendwie so ein Scheiß-Off, das keinen interessiert. Ja, Leute, das sind auf jeden Fall die fünf Spiele. Unten in der Beschreibung findet ihr natürlich, wie immer, die Trailer zu allen fünf Spielen. Skyrim sollte jeder kennen. Red Dead vielleicht fast jeder. Assassin's Creed Odyssey weniger. Mal gucken. Gut, ich lasse mich von euren Votings überraschen und dann sehen wir uns tatsächlich bereits morgen beim Spiel. Das heißt, ich werde morgen, also ich werde nachher arbeiten gehen zur Nachtschicht und dann komme ich um sieben Uhr morgens nach Hause. Und dann gehe ich schlafen. Dann wache ich meist gegen 14 Uhr auf und dann gucke ich mir das Voting an und dann nehme ich auf. Und dann sehen wir uns bei dem gewoteten Spiel. Das heißt, voten, 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 Leute. Schneller, schneller, schneller. Ihr kriegt das hin. Ich weiß es. Hau rein. Euer Sehro. Tschüss. Tschüss.